Das Leben kann eine Achterbahn der Emotionen sein und manchmal finden wir uns in schwierigen Situationen wieder, die uns verärgern und überwältigen. In solchen Momenten ist es entscheidend, einen Weg zu finden, sich schnell zu beruhigen und unseren inneren Frieden wiederzugewinnen. Der Buddhismus bietet wertvolle Einblicke und Praktiken, um uns zu helfen, diese herausfordernden Zeiten mit Anmut und Gelassenheit zu meistern. In diesem Video werden wir uns mit den Lehren des Buddhismus befassen und zehn wertvolle Lektionen erkunden, die uns dabei helfen können, uns schnell zu beruhigen, wenn wir verärgert sind. Diese Lehren greifen auf die jahrhundertealte Weisheit des Buddhismus zurück, um uns auf unserem Weg zum emotionalen Wohlbefinden zu inspirieren und zu führen. Wenn wir verärgert sind, neigt unser Atem dazu, flach und schnell zu werden. Indem wir bewusst tief und langsam einatmen, aktivieren wir die Entspannungsreaktion des Körpers. Der Buddhismus lehrt uns, unseren Atem als Anker zum gegenwärtigen Moment zu nutzen, was es uns ermöglicht, Spannungen abzubauen und inneren Frieden zu finden. Tiefes Atmen ist eine grundlegende Praxis im Buddhismus, die uns helfen kann, uns schnell zu beruhigen, wenn wir verärgert sind. Wenn wir Momente der Not erleben, können unsere Emotionen überwältigend werden, unsere Urteilsfähigkeit trüben und uns impulsiv reagieren lassen. In solchen Situationen wird es wesentlich, unsere Fassung wiederzugewinnen und inneren Frieden zu finden. Das Einatmen von tiefen Atemzügen mag einfach klingen, aber seine Auswirkungen sind kraftvoll. Der Buddhismus lehrt uns, dass der Atem nicht nur für unser physisches Überleben wesentlich ist, sondern auch als Brücke zwischen unserem Körper und Geist dient. Wenn wir bewusst unseren Atem fokussieren, können wir unsere Aufmerksamkeit von der Turbulenz unserer Gedanken und Emotionen ablenken und uns zurück zum gegenwärtigen Moment bringen. Um anzufangen, finde einen ruhigen und bequemen Platz, wo du sitzen oder liegen kannst. Schließe deine Augen sanft und erlaube dir, dich von äußeren Ablenkungen zu lösen. Nimm dir einen Moment Zeit, um etwaige körperliche Spannungen loszulassen. Entspanne deine Schultern, lockere deine Gesichtsmuskeln und löse etwaige verspannte Fäuste oder geklammerte Kiefer. Lenke jetzt deine Aufmerksamkeit auf deine Atmung. Atme langsam und tief durch deine Nase ein. Erlaube der Luft, deine Lungen zu füllen. Spüre, wie dein Bauch sich ausdehnt, während du den Atem aufnimmst. Halte ihn einen Moment lang und atme dann langsam durch deinen Mund aus. Lass die Luft vollständig los. Beachte das Anheben und Senken deiner Brust, die Empfindung des Atems, der durch deine Nasenlöcher strömt, oder die sanfte Bewegung deines Bauches beim Atmen. Lasse alle Gedanken los, die in deinem Geist auftauchen. Lenke stattdessen deine Aufmerksamkeit ausschließlich auf die körperliche Empfindung des Atmens. Wenn deine Gedanken abschweifen, lenke sie sanft zurück zu deinem Atem. Sei geduldig mit dir selbst. Ablenkungen sind natürlich, besonders wenn wir verärgert sind. Mit jedem Atemzug lade ein Gefühl der Ruhe und Entspannung in dein Wesen ein. Spüre, wie die Spannung mit jedem Ausatmen schmilzt, als würdest du das Gewicht deiner Sorgen in die Luft entlassen. Erlaube dir vollkommen in diesem Moment präsent zu sein, frei von Urteil oder Erwartung. Lektion 2 Identifiziere die Ursache deiner Verärgerung Der Buddhismus fördert Selbstbewusstsein und Verständnis. Wenn wir verärgert sind, ist es wichtig, einen Moment innezuhalten und über die Wurzel unserer Verstimmung nachzudenken. Indem wir die aufkommenden Gedanken und Emotionen ohne Wertung beobachten, können wir Klarheit und Einsicht in unsere eigenen Erfahrungen gewinnen. Dieser Prozess der Identifizierung der Ursache unserer Verstimmung ist laut buddhistischer Lehre ein entscheidender Schritt, um schnell Ruhe zu finden. Er ermöglicht es uns, ein tieferes Verständnis von uns selbst und den Faktoren zu entwickeln, die zu unserer emotionalen Turbulenz beitragen. Wenn wir Verstimmung oder Unbehagen erleben, könnte unsere unmittelbare Reaktion sein, impulsiv zu reagieren oder unsere Emotionen uns beherrschen zu lassen. Der Buddhismus lehrt uns jedoch, innezuhalten und einen Schritt zurückzutreten, einen Raum für Selbstreflexion zu schaffen. Indem wir dies tun, geben wir uns die Möglichkeit, die zugrunde liegenden Ursachen unserer Verstimmung zu untersuchen. Um diesen Prozess zu beginnen, finde einen ruhigen und bequemen Platz, wo du sitzen oder einen Moment allein mit deinen Gedanken verbringen kannst. Schließe deine Augen, wenn es dir hilft, und atme ein paar Mal tief ein, um dich im gegenwärtigen Moment zu verankern. Richte deine Aufmerksamkeit auf die Gedanken, Gefühle und Empfindungen, die in dir aufkommen. Nimm die Gedanken wahr, die an die Oberfläche kommen, und erkenne sie ohne Wertung an. Beobachte ebenso die Emotionen, die auftauchen, ob es sich um Ärger, Traurigkeit, Frustration oder ein anderes Gefühl handelt. Erlaube diesen Gedanken und Emotionen natürlich aufzutauchen und bemerke, wie sie deinen Körper und Geist beeinflussen. Diese Praxis der Beobachtung ohne Wertung ist im Buddhismus von entscheidender Bedeutung. Sie ermöglicht es uns, ein Gefühl von Achtsamkeit zu entwickeln, indem wir vollständig präsent und uns unserer Erfahrungen bewusst sind, ohne von ihnen vereinnahmt oder überwältigt zu werden. Durch diesen Prozess können wir ein klareres Verständnis für die Ursache unserer Verstimmung entwickeln. Während du deine Gedanken und Emotionen beobachtest, stelle dir Fragen wie 1. Was hat meine Verstimmung ausgelöst? 2. Gibt es Muster oder wiederkehrende Themen in meinen Reaktionen? 3. Spielen meine Erwartungen oder Anhaftungen eine Rolle in meiner Verstimmung? 4. Gibt es eine tiefere zugrunde liegende Angst oder Unsicherheit, die zu meiner Verstimmung beiträgt? Indem wir diese Fragen erkunden, können wir Einblick in die Ursachen unserer Verstimmung gewinnen. Es mag nicht immer sofort offensichtlich sein, aber mit kontinuierlicher Praxis können wir beginnen, die zugrunde liegenden Faktoren zu verstehen, die unsere emotionalen Reaktionen auslösen. Die Identifizierung der Ursache unserer Verstimmung ermöglicht es uns nicht nur, uns selbst besser zu verstehen, sondern bietet auch eine Gelegenheit für Wachstum und Heilung. Lektion 3. Praktiziere Achtsamkeit. Achtsamkeit liegt im Herzen der buddhistischen Lehren. Sie bedeutet, vollkommen im gegenwärtigen Moment präsent zu sein, ohne an vergangene Bedauern oder zukünftige Sorgen gebunden zu sein. Durch die Praxis der Achtsamkeit kultivieren wir eine Haltung des nichtjudgmentalen Bewusstseins, die es uns ermöglicht, unsere Gefühle und Gedanken anzunehmen, ohne von ihnen eingenommen zu werden. Diese Praxis ermöglicht es uns, Ruhe und Stabilität inmitten von Turbulenzen zu finden. Achtsamkeit ist nicht nur ein Konzept oder ein Geisteszustand, sondern ein Lebensstil, der durch regelmäßige Übung entwickelt werden kann. Um zu beginnen, finde einen ruhigen und bequemen Raum, in dem du ohne Ablenkungen sitzen oder liegen kannst. Schließe deine Augen und konzentriere dich auf deinen Atem. Achte auf jede Einatmung und Ausatmung und bemerke die Empfindung, wenn die Luft in deinen Körper strömt und ihn wieder verlässt. Erlaube dir, vollkommen im Erlebnis des Atmens präsent zu sein, und lasse alle Gedanken oder Sorgen los, die auftauchen könnten. Während du weiterhin deinen Atem beobachtest, magst du feststellen, dass dein Geist beginnt zu wandern. Gedanken an die Vergangenheit oder Zukunft können auftauchen, oder du kannst dich bewusst werden von körperlichen Empfindungen oder Emotionen. Denke daran, dass das Ziel der Achtsamkeit nicht darin besteht, diese Gedanken und Gefühle zu unterdrücken oder zu kontrollieren, sondern sie einfach ohne Bewertung anzuerkennen. Stelle dir vor, wie du in deinem Geist einen geräumigen Behälter hältst, in dem du während deiner Praxis alle auftauchenden Gedanken oder Emotionen legen kannst. Anstatt dich in ihren Inhalten zu verstricken oder dich von ihnen überwältigen zu lassen, visualisiere, wie du sie sanft in den Behälter legst und sie dort für den Moment ruhen lässt. Lektion 4. Betätige dich körperlich. Körperliche Aktivität ist nicht nur vorteilhaft für unsere körperliche Gesundheit. Sie spielt auch eine bedeutende Rolle für unser emotionales Wohlbefinden. Die Teilnahme an Übungen oder jeder Form von körperlicher Bewegung hilft dabei, Spannungen abzubauen und Endorphine freizusetzen, die natürlichen Stimmungsaufheller des Körpers. Der Buddhismus ermutigt uns dazu, auf unseren Körper zu achten, da er eine der Grundlagen für einen ruhigen und friedvollen Geist darstellt. Wenn wir emotionale Belastungen erleben, halten unsere Körper oft an dieser Spannung fest, was dazu führt, dass wir uns überwältigt fühlen und in unseren Gedanken und Emotionen gefangen sind. Die Beteiligung an körperlicher Aktivität bietet eine Möglichkeit, diese aufgestaute Energie freizusetzen und uns von negativen Emotionen zu befreien. Sie ermöglicht es uns, unsere Aufmerksamkeit von unseren Sorgen abzulenken und eine gesunde Ablenkung von unseren Ängsten zu bieten. Zusätzlich löst körperliche Aktivität die Freisetzung von Endorphinen aus, die natürlichen Chemikalien im Gehirn, die als Stimmungsaufheller wirken, Stress reduzieren und ein Gefühl des Wohlbefindens fördern. Diese Endorphine können helfen, Gefühle von Traurigkeit, Wut oder Frustration zu lindern und sie durch eine positivere und ausgewogenere Denkweise zu ersetzen. Wenn wir uns bewegen, lenken wir unsere Aufmerksamkeit auf unseren Körper und den gegenwärtigen Moment. Diese Ablenkung ermöglicht es uns, einen Schritt zurück von den überwältigenden Emotionen zu machen und eine frische Perspektive auf die Situation zu gewinnen. Indem wir uns in eine körperliche Aktivität vertiefen, schaffen wir eine Gelegenheit für einen mentalen Neustart und bieten die Klarheit, die benötigt wird, um konstruktive Lösungen für unsere Probleme zu finden. Lektion 5 Höre beruhigende Musik Die Kraft der Musik ist unbestreitbar. Buddhistische Lehren erkennen den Einfluss von Klängen auf unsere Emotionen an. In Zeiten der Not kann das Hören beruhigender, entspannender Musik uns an einen Ort der Gelassenheit versetzen. Die sanften Melodien und Rhythmen helfen uns dabei zu entspannen, unsere Gedanken neu auszurichten und Trost im gegenwärtigen Moment zu finden. Wenn wir uns im Chaos negativer Emotionen gefangen fühlen, kann das Hören beruhigender Musik einen tiefgreifenden Wandel in unserem mentalen Zustand bewirken. Lektion 6 Zähle bis 10 Wenn wir uns aufgeregt oder überwältigt fühlen, wird unser Geist von verschiedenen Emotionen getrübt, was es schwierig macht, klar zu denken oder rationale Entscheidungen zu treffen. Hier kommt das Zählen bis 10 ins Spiel. Es dient als eine Technik zur Erdung, die uns hilft, die Kontrolle über unsere Gedanken und Emotionen zurückzugewinnen. Um das Zählen bis 10 effektiv zu üben, finde einen ruhigen und bequemen Raum, wo du ungestört sitzen oder stehen kannst. Atme tief ein, erlaube deinem Körper zu entspannen und deinem Geist zur Ruhe zu kommen. Jetzt schließe sanft deine Augen und beginne langsam von 1 bis 10 in deinem Kopf zu zählen. Konzentriere dich auf jede Zahl, während du sie innerlich sagst und lass sie in dir nachhallen. Während du zählst, versuche präsent und achtsam, im Moment zu bleiben. Wenn dein Geist abschweift, bringe sanft deine Aufmerksamkeit zurück zum Zählen. Die Schönheit dieser Technik liegt in ihrer Einfachheit. Indem wir unsere Aufmerksamkeit auf das Zählen lenken, lenken wir unseren Fokus von den aufwühlenden Gedanken oder Emotionen ab, die uns möglicherweise überwältigen. Diese bewusste Umleitung der Aufmerksamkeit ermöglicht es uns, uns von der Umklammerung der Negativität zu befreien und Raum für Ruhe und Klarheit zu schaffen. Das Schreiben in ein Tagebuch ist ein kraftvolles Werkzeug, das dir schnell helfen kann, dich zu beruhigen, wenn du dich aufgeregt fühlst. Buddhisten haben die Vorteile dieser therapeutischen Praxis schon lange erkannt und sie in ihr tägliches Leben als Mittel zur Selbstreflexion und emotionalen Verarbeitung integriert. Durch regelmäßiges Tagebuchschreiben kannst du Trost und Verständnis inmitten des Chaos deiner Emotionen finden. Wenn du dich aufgeregt fühlst, nimm dir einen Moment Zeit, um innezuhalten und einen sicheren Raum für die Reflexion zu schaffen. Finde eine ruhige Ecke, setze dich bequem hin und greife nach einem Tagebuch oder Notizbuch, das zu dir passt. Erlaube dir vollständig im gegenwärtigen Moment einzutauchen und alle Ablenkungen oder äußeren Einflüsse zurückzulassen, die deine Introspektion beeinträchtigen könnten. Beginne damit, ein paar tiefe Atemzüge zu nehmen und erlaube der Spannung in deinem Körper, sich mit jedem Ausatmen zu lösen. Wenn du in einen ruhigen Zustand gelangst, lenke sanft deine Gedanken auf die Ereignisse oder Situationen, die deine Unruhe verursacht haben. Lasse deine Emotionen frei fließen und erkenne, dass dies ein sicherer und urteilsfreier Raum ist. Während du zu schreiben beginnst, erkunde die Tiefe deiner Gefühle und Gedanken, ohne sie zu zensieren oder zurückzuhalten. Beschreibe, was passiert ist, wie es dich fühlen ließ und alle Sorgen oder Ängste, die aufgetaucht sind. Die Handlung, diese Emotionen in Worte zu fassen, externalisiert sie effektiv und trennt dich von ihrem unmittelbaren Griff. Dies bietet nicht nur eine Erleichterung, sondern ermöglicht es dir auch, deine Situation aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Engagiere dich in einem schriftlichen Fluss des Bewusstseins, indem du deine Gedanken und Emotionen natürlich auf das Papier fließen lässt. Es ist nicht nötig, dich um Grammatik, Zeichensetzung oder Kohärenz zu kümmern. Dies ist eine persönliche Übung, die dazu dient, deine Gefühle freizusetzen und zu verstehen. Indem du dich von dem Gewicht befreist, das du trägst, kannst du unerwartete Einsichten und Offenbarungen finden. Wenn du tiefer in deine Tagebuchschreibpraxis eintauchst, wirst du vielleicht wiederkehrende Themen oder Muster in deinen emotionalen Reaktionen bemerken. Dieses Selbstbewusstsein kann zu einem besseren Verständnis von dir, selbst und deinen Auslösern beitragen. Im Laufe der Zeit kannst du Tendenzen oder Gewohnheiten identifizieren, die Gefühle der Aufregung aufrecht erhalten, was es dir ermöglicht, Strategien und Bewältigungsmechanismen zu entwickeln, um sie effektiver anzugehen. Denke daran, das Ziel ist nicht, eine sofortige Lösung oder Lösung für deine Aufregung zu finden, sondern dir den Raum und die Gelegenheit zu geben, deine Emotionen zu verarbeiten. Durch das Schreiben stellst du eine Verbindung zwischen deinem Verstand und deinem Herzen her und bildest eine Brücke, die Selbstmitgefühl und Introspektion fördert. Nachdem du deine Gedanken auf Papier gebracht hast, nimm dir einen Moment Zeit, um in Stille zu sitzen. Erlaube den Gewichten deiner Emotionen, sich zu setzen und gönne dir einen Moment der Ruhe und Selbstfürsorge. Atme tief ein, erkenne deine Widerstandsfähigkeit an und erkenne, dass du in diesem Moment einen aktiven Schritt unternommen hast, um dich zu beruhigen. Das Tagebuch Schreiben als therapeutische Praxis kann eine Lohnende und transformative Erfahrung sein. Indem du dieses Werkzeug annimmst, greifst du auf die Weisheit des Buddhismus zurück, der Selbstexploration und Akzeptanz fördert. Mit jedem Tagebucherintrag näherst du dich einem Zustand inneren Friedens und Gelassenheit an, indem du ein besseres Verständnis von dir selbst und deiner emotionalen Landschaft entwickelst. Lektion 8 Mach eine Pause oder praktiziere Selbstfürsorge. Wenn wir aufgeregt sind, ist es wichtig, Selbstfürsorge zu priorisieren. Der Buddhismus lehrt uns, dass für uns selbst zu sorgen nicht egoistisch ist, sondern wesentlich für die Aufrechterhaltung eines gesunden Geistes und Körpers. Mach eine Pause von der Situation, wenn möglich, und widme dich Aktivitäten, die dir Freude und Frieden bringen, sei es ein Spaziergang in der Natur, Meditation oder das Genießen eines Hobbys. Selbst Fürsorge stellt unser emotionales Gleichgewicht wieder her. Lektion 9 Nutze positive Selbstgespräche. Freunde, die Art und Weise, wie wir mit uns selbst sprechen, kann sich tiefgreifend auf unser emotionales Wohlbefinden auswirken. Dieses Konzept ist tief in den buddhistischen Lehren verwurzelt, die die immense Kraft unserer Gedanken und Worte betonen. Wenn wir aufgeregt sind, ist es üblich, uns in negativen Selbstgesprächen zu verstricken, uns selbst zu kritisieren oder über vermeintliche Mängel nachzudenken. Der Buddhismus ermutigt uns jedoch, diesen inneren Dialog in eine positivere und mitfühlendere Tonlage zu lenken. Anstatt uns der Selbstkritik hinzugeben, können wir aktiv positive Selbstgespräche üben. Dies beinhaltet das bewusste Ersetzen negativer Gedanken durch freundliche und ermutigende. Anstatt uns dafür zu kritisieren, Fehler gemacht zu haben, können wir uns daran erinnern, dass Fehler ein natürlicher Teil des Lebens sind und Chancen zum Wachsen bieten. Indem wir unsere Gedanken auf diese Weise umformulieren, kultivieren wir selbst mit Gefühl und Widerstandsfähigkeit. Der Buddhismus lehrt uns, Herausforderungen als Möglichkeiten zur persönlichen Entwicklung zu betrachten. Wenn wir mit Schwierigkeiten konfrontiert sind, anstatt uns besiegt zu fühlen, können wir uns daran erinnern, dass das Überwinden von Hindernissen uns stärkt und uns wachsen lässt. Diese Denkweise befähigt uns, Herausforderungen mit Mut und Entschlossenheit anzunehmen, in dem Wissen, dass wir die innere Stärke haben, sie zu bewältigen. Lektion 10 Praktiziere Visualisierungstechniken. Visualisierung ist ein mächtiges Werkzeug, das der Buddhismus einsetzt, um den Geist zu beruhigen und inneren Frieden zu kultivieren. Wenn du aufgeregt bist, schließe deine Augen und visualisiere eine ruhige und friedliche Szene, wie einen ruhigen Strand oder einen friedlichen Garten. Aktiviere deine Sinne und stelle dir die Anblicke, Geräusche und Gerüche dieses friedlichen Ortes vor. Diese Praxis lenkt deinen Fokus von Negativität ab und ermöglicht es dir, die friedliche Energie deiner Visualisierung zu nutzen. Ruhe und Frieden des Geistes sind für unser allgemeines Wohlbefinden, insbesondere in belastenden Situationen, von entscheidender Bedeutung. Der Buddhismus bietet tiefgreifende spirituelle Lehren, die uns auf den Weg zur inneren Gelassenheit führen. Indem wir diese zehn Praktiken in unser Leben integrieren, wie tiefe Atemzüge nehmen, Achtsamkeit üben, körperlich aktiv werden und positive Selbstgespräche führen, können wir uns schnell beruhigen, wenn wir aufgeregt sind. Lassen wir uns von diesen zeitlosen Lehren inspirieren und motivieren uns auf unserem Weg zu innerem Frieden und emotionalem Wohlbefinden. Denke daran, auch mitten im Chaos haben wir die Fähigkeit, Ruhe zu finden.